Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute gehen wir in unser drittes Jahr Marke Gebauer Lifestyle GmbH. Und ihr wisst, ihr habt es alle mitbekommen, wir haben eine neue Marke gegründet, Gebauer und Gebauer. Wir haben hochwertige Bekleidung erschaffen und das Ganze ist am Ende nur durch euch möglich geworden. Denn ihr habt das Ganze toll angenommen und wir haben hier eine Kollektion geschaffen, die wirklich sehr umfangreich ist. Und an dieser Stelle möchte ich jedem Einzelnen von euch danken, der uns supportet hat während dieser Zeit. Denn nur so können wir weitermachen. Und wir haben ganz schöne und tolle Sachen in der Zukunft geplant. Die Winterkollektion wird super und es kommt auch noch was für den Hochsommer. Als Dankeschön muss man sich auch irgendwie erkenntlich zeigen. Und dafür haben wir drei Tage lang spezielle Angebote. Und ich möchte euch in diesem Video hier zeigen, wie ihr euren Kleiderschrank erweitern könnt und das Ganze zu attraktiven Angeboten. Aber bevor das Video jetzt anfängt, eine wichtige Sache noch. Manche Leute haben auch gar kein Geld, deswegen verschenken wir natürlich immer was. Das ist eine feste Tradition bei uns und aus diesem Grund gibt es einmal die Iconic Hoodie, den Countdown Hoodie oder Orange Watchman für euch zu Hause gratis. Das Einzige, was ihr machen müsst, dem Kanal folgen, ein Abo dalassen und natürlich kommentieren. Und im nächsten Video, was um Bekleidung geht, werden wir das Ganze auflösen. Von daher seid gespannt und freut euch auf die Dinge. Als ersten Look haben wir ein Casual Outfit in einem Off-White. Hier ist das das Iconic Hoodie und zentral innerhalb dieser Kollektion werdet ihr immer wieder das Thema lesen. Time is non-refundable. Wir haben das Ganze auch als T-Shirt hier aus einer Baumwollware. Und dasselbe bei dem Hoodie, was wir euch jetzt präsentieren, ist hier vorne auf Arabisch dasselbe geschrieben. Das ist ein arabisches Schriftwort, was quasi sagt, dass man die Zeit nicht wiederbekommt. Man kann die Zeit nicht umtauschen. Und hier haben wir einen tollen Mix mit einer Jeans. Das heißt, wenn ihr vielleicht eine Baumwollhose zu Hause habt, könnt ihr das gut mit diesem Hoodie kombinieren. Und das Ganze wird abgerundet durch einen ganz, ganz speziellen Duft. Denn es gibt eine neue Marke, Farmacia SS. Und dieser Duft hier, Bergamundi, geht so in die Richtung von Aqua di Parma Düften. Von daher, wenn ihr eine frische Note haben wollt, gerade mit Limette, Mandarine und ein bisschen Zedernholz, dann ist Bergamundi genau das Richtige. Und heute haben wir hier drauf, glaube ich, um die 15%. Bei dem Iconic Hoodie haben wir aktuell sogar minus 40%. Von daher, wenn etwas dabei ist, dann müsst ihr jetzt zuschlagen, denn das Ganze gilt nur drei Tage. In Kombination mit diesem Outfit haben wir uns entschieden, eine Casio dazu zu legen. Und diese Uhr wisst ihr selber, ich trage sie gerne am Wochenende. Wenn man keine Gedanken an seine Uhr verlieren möchte und einfach so unterwegs sein will oder vielleicht auch irgendwas macht, sportlich und so, muss man sich bei diesem Modell keine Sorgen machen. Und dank an Casio haben wir drei Modelle, die wir auch reduzieren. Und da hat uns der Händler einen Nachlass gegeben. Das Ganze reicht mir natürlich an euch weiter. Abgründet wird das Outfit noch durch unsere Accessoires. Hier haben wir einmal einen Allrounder. Das heißt, diese Tasche hier benutze ich eigentlich für den Alltag. Da kommt alles rein, Portemonnaie und so weiter. Und auch aus demselben Leder, Camouflage-Leder, haben wir noch einen Schlüsselanhänger, der sehr gut zu erkennen ist. Und da findet sich im Alltag natürlich jede Menge Anwendbarkeit. Wir machen als nächstes weiter mit einem Outfit, was sich gewaschen hat. Wir bleiben bei dem Thema Zeit. Und hier haben wir ein Countdown-Hoodie. Wenn wir uns den Print mal anschauen von diesem Teil hier. We wouldn't waste a minute of our time if we had a countdown. Und das ist eigentlich so eine ganz coole Message. Weil wenn wir einen Zähler in unserem Leben hätten, dann würden wir die Zeit höchstwahrscheinlich etwas effizienter nutzen. Anstelle nur auf dem Handy und auf TikTok. Ich meine, ich habe leicht reden. Aber das Ganze wird abgerundet auch nochmal hier durch eine Lasche, hier oben auf der Kapuze. Und das Ganze haben wir hier jetzt wieder mit einer Chino kombiniert. Das heißt, sie sind ein Ticken eleganter mit Santoni-Schuhen. Ihr wisst, das ist eine meiner Lieblingsschuhmarken. Das Ganze wird abgerundet durch eine sensationelle Uhr. Das heißt, ich habe hier etwas für euch rausgesucht. Gott sei Dank konnte ich sie kaufen das erste Mal, dass Rolex ein Saphir-Glas verwendet hat. Hier ist eine Referenz 16008. Die gibt es aktuell kein zweites Mal. Aber das ist noch nicht alles. Die kommt mit Boxpapieren, mit der Service-History, aber auch mit einem Pinball-Dial. Also sollte die Uhr nicht schon weg sein, manchmal kann es etwas schneller gehen, ich weiß es nicht. Jeder, der eine Uhr um die 20.000 Euro sorgt, ihr werdet nie wieder diese Möglichkeit haben, diese Konfiguration zu bekommen. Ihr müsst mal darauf achten, die Fassung der Diamanten auf dem Ziffernblatt ist genauso wie die Lunette. Einzigartig. Und der Zustand, guck mal hier. Die Uhr ist, glaube ich, aus den 70ern. Ich weiß es nicht genau. Oder 80er müsste sie sein. Mit Boxpapieren sensationell und dazu passend natürlich das Armband auch in 18 Karat Gold, das Wave-Armband, was in Deutschland in Aachen gefertigt wird von einem Goldschmied. Darauf gibt es natürlich auch einen guten Nachlass. Normalerweise kostet die Uhr 21.900 Euro und aktuell bieten wir sie an für 19.900 Euro. Dazu muss natürlich noch ein Parfum passen und was wäre besser geeignet als das bunte Pottpüree von Tiziana Terenzi und zwar Kirke. Dieses Parfum ist so das meistverkaufteste des Herstellers. Wir haben hier eine Art Früchtekorb, das heißt, wenn ihr jetzt ein bisschen was Süßeres haben möchtet, dann ist das genau das Richtige. Speziell für abends ein idealer Date-Duft oder auch für den Club, das hier würde ich dort tragen. Und wenn das noch nicht genug wäre, haben wir noch eine etwas verrücktere Tasche rausgesucht von Louis Vuitton. Eine limitierte Serie aus dem Jahre 2021. Die Rainbow-Kollektion, das sieht so aus, dass die Farbe so verlaufen. Und diese Tasche hier ist auch, glaube ich, minus 1.000 Euro reduziert. Von daher schaut gerne vorbei, ich habe dieses Ganze nur einmal und jeder, der so einen Weekender sucht, wäre hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Jetzt widmen wir uns noch einem weiteren Outfit und das Ganze wird, glaube ich, noch ein Ticken sportlicher. Das coolste Outfit heute bin ich das folgende. Wir haben eine kurze Hose auch in schwarz rausgebracht. Hier haben wir auch dieselbe Ware wie bei dem Hoodie auch. Hier vorne sieht man unser Patch in Gummi. Das Ganze ist mit so kleinen orangenen Details abgesetzt. Was könnte man besser anziehen? Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid draußen unterwegs, am Strand, geht durch den Park, es ist warm. Welche Uhr ist da am coolsten zu tragen, gerade bei den jüngeren Leuten? Das ist natürlich die Iced Out. Es ist Wahnsinn, wenn ihr mal nach den Preisen schaut. Tut mir mal einen Gefallen, geht auf Krono24 und guckt euch an, wie die Dayjust 41 am Jubiläeband aktuell gehandelt wird. Da ist jedes Modell um die 22.000 Euro. Liegt daran, ist eigentlich selbsterklärend, das Basismodell ohne Steine ist ja auch 2.000 Euro teurer geworden. Von daher, so hat sich diese Uhr auch nach oben entwickelt. Unglaublich! Und wir haben hier zwei Varianten aktuell. Einmal die mit einem Roman Dial und einmal mit einem Arabic Dial. Und dazu kombiniert haben wir The Minimalist Shirt. Hier haben wir ein T-Shirt mit einer Brusttasche. Das Ganze ist so wie so eine Paspel hier eingelassen und ausgeschnitten. Da drüber steht By Appointment. Das ist auch so ein der Sätze, die wir immer wieder in der Kollektion sehen. Überall gibt es so kleine versteckte orange Details. Das ist die Farbe der Marke Gebauer. Und Gebauer hier kombiniert nochmal mit diesem Wave Armband, mit dem Onyx Stein. Auch Sterling Silber sind die Mittelelemente. Und das Ganze wird abgerundet. Wenn man jetzt draußen unterwegs ist, braucht man natürlich auch schon irgendwie so einen Duft, der so ganz peppig ist, auch ein bisschen Energie hat. Und hier gibt es eine Neuerscheinung. Jetzt, ich weiß nicht, ob 10-10% oder minus 15%. Und ich sage euch, das werdet ihr nirgendwo haben. Denn dieser Duft ist gerade erst released worden. Und ich hatte auch leichte Schwierigkeiten mit unserem guten Herbert. Der meinte, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Hier haben wir Golden Green aus der Coffee Break Kollektion. Das ist ein Duft, der hat, ist ein bisschen mehr Pfeffer drin. Ist natürlich auch Kaffee mit drin, gerade in der Basisnote. Aber das ist ein cooler Duft mit Vetiver-Noten, der nicht zu schwer ist, aber ein enormes Volumen gibt. Und in Kombination mit der Uhr, kurze Hose und so weiter. Alter, was könnte da besser sein? Ja, also für den Sommer finde ich die optimale Kombination. Und wenn man jetzt ein bisschen auffallen möchte, hier die Sachen, die Uhr muss man schon hingucken und so weiter. Sonst sieht man es ja nicht. Natürlich haben wir noch eine Tasche aus der NBA-Kollektion. Aus dem Jahr 2021 gab es eine Kooperation. Das ist das Herzenstück der Kollektion gewesen. Hier sind auf der Rückseite nochmal so einzelne Sticker aufgenäht. Diese Tasche könnt ihr nicht erwerben. Und aktuell haben wir die, glaube ich, reduziert, weiß ich, minus 1.500 Euro oder so was. Ist nur einmal da. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Von daher schlagt zu, falls ihr Interesse daran habt. Und wenn ihr die Preise so ein bisschen verfolgt, seht ihr auch, dass bei Louis Vuitton-Taschen immer der Preis nach oben geht. Da die Marke auch die Listenpreise anhebt. Und jetzt machen wir weiter mit unserem letzten Outfit, was auch das Element Uhr wieder vereint. Und damit machen wir weiter. Als letztes Outfit haben wir The Orange Watchman als zentrales Piece ausgewählt. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, welche Uhr denn da auf der Rückseite abfotografiert wurde. Eine Marke, für die mein Herz schlägt. Das Ganze ist als Mann ausgeschnitten und der so durch die Straßen läuft. Orange Watchman. Und dazu wollten wir etwas Moderneres haben. Das heißt, ein Parfum, was so ein bisschen, ja, vibrant ist. Und das sehen wir schon hier auf der Flasche. This is not a blue bottle von Histoire de Parfum. Witziger Name. Und das ist 1.2. Hier vorne haben wir verschiedene Bundle-Angebote. Minus 20 Prozent ist das Ganze ein sehr universelles Parfum. Mit so meinen Lieblings-Anhalt aus der gesamten Histoire de Parfum-Serie. Sehr modern, sehr jung. Und ähnliche, was, was, da muss man natürlich farblich sicher darauf abstimmen. Und da haben wir dann die Batman gewählt. Das ist die eingestellte Variante, die 1.1.6.7.1.0 BLNR mit dem alten Kaliber. Die Uhr wird aktuell, glaube ich, gehandelt normal für 19.000, noch was Euro. Und wir bieten sie heute an für, also ich, wir müssen mal schauen, ob ihr sie irgendwo günstiger findet. Es wird mich sehr, sehr wundern, da ich die Preise selber gemacht habe. Und das hier ist ein, wenn ihr einsteigen wollt in die Uhrenwelt und ihr sagt, ihr möchtet um die 15.000 Euro, sagen wir mal, plus, minus eine Uhr haben. Dann ist die Batman genau die Richtung und auch zum jetzigen Zeitpunkt. Und da schaut gerne auf der Webseite vorbei. Wir haben etwas on Stock und farblich als Abrundung haben wir hier nochmal das türkise Armband. Nico übrigens hat das auch. Inscope trägt es sehr gerne und ist einfach so ein bisschen ein Summer-Vibe, macht das Ganze ein bisschen lockerer. Und von der Tasche her haben wir das Ganze mit zwei abgelichtet. Wir konnten uns nicht entscheiden, was besser aussieht. Zum einen auch aus der NBA-Kollektion ein Messenger-Back für den Alltag. Hier kann man sein Portemonnaie reintun und so weiter. Mit dem weißen Monogramm und dem NBA-Logo vorne. Oder auch mit unserer Gürteltasche, die man umhängen kann. Ein enormer Stauraum, auch aus dem Doppelleder, innen und außen. Ähnlich wie unser Weekender. Unzerstörbar, super edel und zeitlos. Wir sind am Ende angekommen. Von daher, falls ihr Interesse habt an einem der Artikel, dann ist jetzt die Zeit gekommen. Das Ganze geht nur bis Sonntag. Ihr wisst, dass wir zweimal im Jahr so etwas machen. Meistens um den Geburtstag der Firma herum und dann noch einmal an Black Friday. Von daher, falls etwas dabei ist, genau jetzt die Zeit zuzuschlagen. Sonst müsst ihr wieder warten bis auf den Oktober. Von daher, es hat mich sehr gefreut. Lasst einen Kommentar und ein Like da. Und die Gewinne werden beim nächsten Video ausgelost. Bis dann. Ciao, ciao.